So wurde das Auto hier angeliefert. Dann will ich nämlich mal sehen, was dahinter ist. Alter. Und wenn das so aussieht, dann haben wir ein technisches Problem. Eine normale Düse sieht halt so aus. Das ist der Fahrzeugteppich. Also hier ist Loch. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir legen heute los mit einem Trauerfall. So wurde das Auto hier angeliefert. Sieht nicht ganz so hübsch aus. Hier oben hat man mal einfach vergessen, da die Abdeckung runterzupacken und den Windlauf draufgelegt. Und dann nimmt das Wasser so seinen Lauf. Ja, spielt aber letzten Endes auch gar keine Rolle mehr, weil das muss sowieso alles neu. Der Wagen ist... Wo soll ich anfangen, ey? Dann sind wir schon seit einem halben Jahr, bin ich ungefähr dran, mit dem Kunden zu telefonieren. Der hat das Auto jetzt da abgeholt, wo er auseinandergebaut wurde. Hatte eine sehr lange Geschichte. Der hat das Auto gekauft, hat den Motorschaden. Dann hat er da einen neuen Motor gekriegt. Er hat wieder einen Motorschaden. Turbo kaputt, Turbo getauscht, wieder Motorschaden. Und jetzt steht er hier. Ja, so gibt man meines Erachtens eigentlich ein Auto nicht ab. Man hätte wenigstens mal den Kopf drauf bauen können, damit der Motor von innen nicht voll mit Wasser läuft oder rostet. Und egal, wir fangen mal mit dem weiteren Puzzle an. Gehen wir zur Werkbank. Wir haben jetzt hier einen Kofferraum, der ist fast leer. Wir haben jetzt schon angefangen, den ganzen Kram da rauszuholen. Bei dem Motor war ein Kolben kaputt. Was genau kaputt war, wissen wir gar nicht, weil hier fehlt ein Kolben. Der war nicht dabei. Der Motor war neu. Es war ein werksüberholter Motor. Hat keine, ich meine, keine 2000 Kilometer gesehen. Kopf natürlich auch werksüberholt. Das ist schon mal sehr gut, weil, wir haben mal schon nachgeguckt, keine Risse. Das ist schon mal klasse. So braucht man nicht noch einen neuen Zylinderkopf. Der Motor wird gleich ausgebaut. Dann gucken wir uns die Kurbelwelle an. Gibt es neue Kolben, neue Pläuel, neue Lager, neue Ölpumpe, neues Saugrohr. Einfach alles komplett neu. Dass das erstmal so wieder steht, wie es soll. Hochinteressant war, ich suche gerade was. Hochinteressant war, dass der Kunde mir erzählte, er hätte knapp 400 PS. Jetzt wissen wir nochmal alle, 400 PS mit Seriendüsen ist nicht so machbar. Hier seht ihr, die eine Düse, die ist schon richtig massiv undicht hier. Da ist wahrscheinlich auch hier der Dichtring undicht. Und hier steht auch schon Sprit drin. Da steht Sprit drin. Das ist kein Öl, das ist Benzin. Das ist verharzter Kraftstoff. Weil die Düsen so alt sind, dass es schon durch den Stecker kommt. Sollte man sowieso nach, ich sag mal so, acht Jahren sollte man die Düsen sowieso rausschmeißen. Besser wäre nach sechs Jahren. Einfach und größere Düsen verbauen. Weil das Auto hat da nochmal eine Schwäche, wenn du die Leistung erhöhst. Erhöhst, dass diese Düsen nun mal nicht mehr ausreichen. So, Spritpumpe weiß ich nicht, was drin ist. Aber es ist kein Return-System verbaut. 400 PS mit Seriendüsen. Ich meine, da wundern mich auch drei Motorschäden nicht und auch ein Turboschaden nicht. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das Auto war natürlich Bestandteil eines Gerichtsverfahrens. Und halt drei Motorschäden in Folge ist jetzt, ich sag einfach mal auffällig. Und dann auch zwischendurch der Turboschaden und so. Und wo er den Wagen gekriegt hat, war der Turbo vorher auch schon mal neu gekommen. Ja, und jedes Mal Kolbenschaden. Wie gesagt, mit Seriendüsen nicht verwunderlich, aber gut. Ja, wir werden uns jetzt mal der ganzen Sache annehmen, das ganze Puzzle auseinander zu sortieren und gucken, dass wir die Teile sauber ordnen, die Stößel ordnen, die ganzen Schrauben vom Motor ordnen. Motor raus, zerlegen. Und dann zeigen wir euch gleich mal, wie es von der Kurbelwelle und so, wie es in dem Motor aussieht. Ich hoffe, dass die jetzt, die die angefangen hat, großartig zu rosten. Das wäre natürlich jetzt fatal. Und schauen wir mal. Dann geht es gleich weiter. Wir haben den, oder Leo hat den Motor ausgebaut. Und der Kunde hat einen Austauschmotor bei demjenigen vorher bezahlt. Einen einwandfreien Austauschmotor. So, da ist Getriebe und so, das ist alles schon raus. So, und jetzt guckt euch mal das hier an. Das haben wir erst gar nicht gesehen. Das ist ziemlich genau hinter dem Wasserrohr. Ja, das ist hinter dem Wasserrohr, das konnte man nicht sehen. Ja, auch. So, was da jetzt genau passiert ist, keine Ahnung. Wir prökeln euch das mal frei, oder? Dann will ich nämlich mal sehen, was dahinter ist. Alter. Dann ist hier die nächste komische Stelle. Das Loch gibt es eigentlich auch nicht. Das gibt es eigentlich eigentlich nicht. Und dass das so klein gefräst ist halt auch nicht. Das liegt normalerweise dann hier ist noch eine Nummer rausgefräst. Da ist ganz hofft eine Inbus-Schraube hinter, oder? Ja, das sieht aus wie eine Inbus-Schraube. Und stumpf zugeklebt. Mit was auch immer. Ja, irgendwas, was nach Fisch stinkt, keine Ahnung. Es gehört auf jeden Fall nicht dahin, fertig. Das ist der Ölkanal für die Öl-Spritz-Dieson, ne? Ja, so, da ist der Ölkanal für die Öl-Spritz-Dieson. Da hat man hundertprozentig irgendwie mal Öl abgegriffen. Also, bin ich ziemlich sicher. Wofür, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann, das kann man privat, wenn man sowas macht, sei, im Moment sowas baut man nicht. Davon hat es aber, ist... Ja, das ist aber... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ein Austauschmotor zu verkaufen? Nein, das geht gar nicht. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Oh, Jens, kriegt ja wieder einen Anfall. Oh ja. Ey, ne, ne? Das ist stumpf. Boah, das gibt es doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne, muss Schrauben mit drei Gewindegängen drin. Und vor allen Dingen musst du dir mal überlegen, ne? Wenn da jetzt beim Reindrehen, es fällt Alu rein, setzt sich vor die Düse, dann wird der Kolben nicht mehr gekühlt. Und was gibt es dann? Ja, dann hast du Brückelparty. Aha, was ist passiert? Ja, Brückelparty. Welcher Gutachter hatten sich die... Wer hat sich denn hier den Schlafensfall angeguckt? Man sieht hier in der Laufbahn, dass der Motor schon richtig was getan hat. Da ist nur mal durchgeholt worden. Ja. Und die Kolben waren auch nicht komplett dicht zwischen den Ringen. Also nicht, das heißt nicht komplett dicht. Das ist so, wie man... Nicht so, wie es normal wäre, um das mal so zu sagen. Genau. Die haben ordentlich vorbeigeblasen. Das ist auch nicht gerade im Sinne von überholt. Von der Finder, ne? Ja. Das war also echt ein Griff ins Klo, ne? Also die Nummer mit den Muschschrauben ist ja wohl der Hammer. Im Gutachten wurde auch geschrieben, dass ein Upgrade-Lader drauf war. Dieser Upgrade-Lader wurde natürlich von der Werkstatt verbaut. Was lustig ist bei der ganzen Sache... Ja, müssen wir gleich mal reingucken, auch in den Kanal. Was lustig ist bei der ganzen Sache, dass da halt die Seriendüsen drauf waren. Da ist das, wie gesagt, kein Wunder. Ich hätte jetzt schon... Beim Serienlader ist das ja schon ein Problem. Aber bei einem Upgrade-Lader, wenn man dann noch mit Seriendüsen fährt, ist das... Wie sollen wir sagen? Sportlich? Ja, macht man nicht. Gut. Wir haben jetzt hier das Ergebnis. Das Ergebnis ist Feierabend. Ja, genau. Jo. Tja, dann kriegt der wohl einen komplett neuen Block. So sieht's aus. Der ist... Da machst du gar nichts mehr mit. Dann kannst du alles auseinanderschneiden. So baut das hier niemand zusammen. Also mit dem... Nicht als Basis, auf keinen Fall. Ja, ich rufe den jetzt gleich mal an. Ja. Und dann halten wir euch bezüglich dieses Fahrzeugs mal auf den Laut. Laufenden. Aber, ähm, ja. Da machen wir jetzt erstmal den Defekt-Stempel drauf. Ja, das ist jetzt erstmal zusammenpacken und feiern. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Auto. Dieser Focus RS hat bekommen... Abgasanlage, Abcat. Ja. Eine Inspektion. Und jetzt noch einen Schritt fliegen. Warum? Weil die ein bisschen was lang sind. Weil das Auto komisch lief. Ich hatte den Laptop dran und hab mir gedacht, so irgendwas stimmt hier nicht. Der Kunde hat gesagt, 650er Düsen drauf, Software von weiß er nicht. Und hat das Auto, ja, relativ zeit, also relativ zeitnah erworben. Ja. Und, äh, schön ist halt, wenn man dann solche Einspritzdüsen da drin hat, das mal Vollendstufe, würde ich sagen. Ja, also eine normale Einspritzdüse erstmal passt der Stecker nicht. Das sieht man ja schon daran, dass hier so ein Adapter drauf gemacht wurde, ne? Das ist ja schon mal Mist. Ja, egal. So, auf jeden Fall, eine normale Düse für den Focus sieht halt so aus. Ne? Und wie steht halt im Kanal drin? Ich weiß nicht, was das soll, aber da hat sich jemand gedacht, auch 650er Düsen kriege ich vielleicht auch ein bisschen günstiger. Ja, und dann kommt sowas da daraus, ne? Ja. Das ist nicht so schön. Gut, das machen wir jetzt fertig. Und, ähm, ja, dann werden wir mal... Komm aus Deutschland. Ja, ja. Made in Germany. Ja, schön. Toll. Wenn der wirklich bis kurz vorm Einlassventil steht, ist das nicht so witzig, glaube ich. Ne. So, auf jeden Fall machen wir das jetzt fertig. Dann fahren wir mal ein bisschen Leistung raus und gucken, wo wir dann am Ende landen. Ja. Serienkupplung ist noch drin, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn man drin wird. Ja, und, äh, ich bin mir sehr sicher, dass mit den korrekten Düsen das Auto gleich wieder vernünftig läuft. So, bis später. So, nach dem Düsentausch läuft jetzt alles an dem Auto und ich muss wirklich sagen, der Motor ist in einem einwandfreien Zustand. Das Ding läuft absolut perfekt, einfach geil. Saubere Leistung. 400 PS auf dem Kopf, 530 Newtonmeter. Wir haben eine Serienkupplung verbaut, deswegen machen wir nicht mehr. Wunderbar. Ast rein. Jetzt bin ich glücklich und ich hoffe, der Kunde ist auch glücklich. Ich denke aber schon. Vielhörige Zahlen waren auch gar nicht gewünscht. Wie gesagt, Serienkupplung soll halten, soll vernünftig fahren. Wunderbar. Ja. So, was machen wir jetzt? Heute ist Freitag. Ja. Machen wir Wochenende. Ja, finde ich gut. Ja, gut. Ja, ich verabschiede mich dann jetzt ins Wochenende und wir sehen uns dann mit kürzeren Haaren im nächsten Abschnitt wieder. Ja, einen wunderschönen guten Montagmorgen. Bei uns Montag, Start in die Woche. Fängt auch schon wieder geil an. Letzte Woche am... Freitag war das. Ja, ne? Freitag. Freitag kam ein Kunde zu uns, wollte einfach mal sein Auto gecheckt haben. Er sagt, der hat Ruckeln bei Vollgas und auch Teillast ein bisschen und so. Da sind so Dinge wie Benzinpumpe und so weiter sind ja naheliegend. So, und deine Laufleistung 104.000. Genau. Kann so eine Sprungpumpe auch schon mal dann... Ja, das Alter ist wesentlich entscheidender noch, ne? Und dass der Lifetime-Filter drin ist, du weißt nicht, singt der? Okay, Entschuldigung, ich war gerade abgelinkt von meinem singenden Mitarbeiter. Das ist untypisch, sag ich ja. Auf jeden Fall. Kamen die beiden zu zweit hierhin. Und kurz gequatscht über das Auto. Hat mir erzählt, hat er gerade gekauft. Und weiß nichts so wirklich über den Wagen, softwaretechnisch und so. Hab ich mir den Laptop geschnappt, bin mal gefahren. Das erste war der Lambda-Regler. Des Todes nach oben, plus 25. Und langsam war er auch nicht. Also, da hat jemand mit Seriendüsen so ein bisschen softwaremäßig rum experimentiert, sag ich mal. Das war gar keine gute Idee. Vollast Lambda angefordert war irgendwie 12.2, 12.3. Und das ist ja schon nicht gut. Und den hat er nicht mal geschafft. Das ist noch schlimmer. So, und ja, dann bin ich auf den Hof gefahren und sag, na, hast du schon länger Vollgas gegeben? Oder, ja, nee, nicht so. Aber man weiß ja auch nicht, was der Vorbesitzer mit dem Auto gemacht hat. Ja, dann stand schon mal fest. Mal kurz reingeguckt, stand fest. Nee, da müssen andere Düsen rein. Wir werden natürlich auch nicht auf Leistung verzichten, ist ja mal logisch. Wenn so ein Auto mal schnell ist, dann würdest du den nicht langsamer machen. Ja, also Düsenpumpe. Dann gucke ich im Motorraum. Und das erste, was mir aufgefallen ist, negativ, guck mal, den Wasserstand. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Ob er Flecken auf dem Boden hat, wenn er das Auto abgestellt hat oder ob ihm sonst was beim Kaltstart aufgefallen ist. Ob der unruhig läuft, weiß qualmt. Beim Fahren weiß qualmt und so weiter. Die ganzen Dinge kennt man ja. Hat das verneint. Sagte, nee, eigentlich läuft er ganz normal. Dann hatte ich ihn auf der Bühne, da war ein Wasserschläge hinten, da ist ein bisschen Blumenkohl. Minimal. Ja, aber ganz wenig. Also eigentlich zu wenig, um diesen Verlust zu haben. Dann habe ich ihn gefragt, wann hast du das letzte Mal Wasser nachgehoben? Ja, ganz genau wusste er das auch nicht. Aber er meinte, beim Kauf war das noch voll. Jetzt weiß er natürlich überhaupt nicht, wie viele Kilometer sind gefahren worden und so weiter. Ist vielleicht der Deckel kaputt, dass er ausgedampft hat. Und also ein Quatsch. Ja, er hat jetzt gerade mal den Öldeckel runtergenommen. Und wenn das so aussieht, dann haben wir ein technisches Problem. Also Wasser hat im Öl nichts zu suchen. Das ist kein Kurzstreckenfahrzeug. Bei Kurzstreckenfahrzeugen kann das natürlich sein, durch Kondenswasser, dass sich öfter mal was im Öldeckel absetzt. Das ist also eine normale Sache. Er hat auf jeden Fall eine etwas weitere Strecke nach Hählen. Minimal. Deswegen schließt sich das eigentlich aus. Und ich glaube, wir haben hier einfach einen Zylinderkopf nicht so schade. Da gehe ich jetzt mal von aus. Weil es viel Wasser weg. Es kommt nirgendwo nach außen. Also die typische Macke des Fokus, der ist eigentlich, den Wasserkühler ist nicht gegeben. Es ist nirgendwo sonst was zu sehen. Und nur dieser eine Schlauch, das kann nicht sein. Weil auch so vom Abstellen und so, es ist nirgendwo feucht. Du siehst nichts. Das heißt also, der Motor muss das irgendwo verbrennen. Ja, irgendwie muss es ja hin. Richtig. Ja. Und jetzt habe ich natürlich die Aufgabe, den Kunden anzurufen, ihm zu sagen. Ja. 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 Nicht schön. Gut. Schauen wir mal. Ich rufe den jetzt an. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden mit dem Auto. Sehen wir weiter. Ja, schon sind wir beim letzten Fahrzeug für dieses Video. Ford Focus ST MK2 vor Facelift. Der Kunde hat sich gemeldet für eine volle Inspektion. Also eine große. Volle. Volle. Klingt. Ja. Also eine große Inspektion. Turbolader-Check, weil ihm ein Schlauch geplatzt ist. Und der dachte, vielleicht ist der Lader jetzt kaputt. Kann natürlich auch sein. Der Wagen hat gelaufen mit 260.000. 260.000 hat er runter. Was ja noch ein Schallknauf, so typische Abnutzungsspuren hat der Wagen gehabt. Und dann hat er noch gesagt, wir sollen die Vorderachse prüfen, weil der Achsträger ein bisschen am Rosten ist. Und das macht ihm ein bisschen Sorgen. Deswegen sollten wir uns das mal angucken. Ja, jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem. TÜV wird er in dem Zustand auf jeden Fall so absolut gar nicht kriegen. Das Problem ist faustgroß. Oh ja. Man kriegt mittlerweile jetzt echt mit, die Autos werden älter. Und wenn man so ein bisschen schleifen lässt und gewisse Probleme nicht früh genug entdeckt, dann kommt dabei sowas raus. Das ist der Teppich. Ja. Das ist der Fahrzeugteppich. Also hier ist Loch. Da ist nix mehr über. DW. Zweite Stelle war hinten am Schweller. Ja, hier am Füller ist er auch durchgerostet. Da kann man auch ganz entspannt. Da ist auch durch. Und Schraubendreher drin versenken. Ja. Also der Wagen hat ein bisschen was getan, wie ihr seht. Und ja. Schwierig zu bewerten. Also schade drum. Ich meine ein paar Bleche einschweißen, das ist nicht die Welt. Aber naja, ich muss mal mit ihm noch übersprechen. Die Abschlusskanten sind nicht mehr so schön. Da muss ich gleich mal mit ihm telefonieren. Das wird dann auch irgendwann zu Trage kommen. Die andere Seite sieht auch nicht besser aus. Ja. Also wenn ihr lange was von euren STs haben wollt und ihr habt nicht die Möglichkeit, dieses Auto im Winter stehen zu lassen, dann sollte man auf jeden Fall wirklich eine vollumfängliche Unterbodenkur machen. Dass man wirklich die Roststellen weg hat, dass das versiegelt ist und dass da nichts mehr passieren kann. Und das im Normalfall, je nach Region Deutschlands, ist es eigentlich so jährlich bis zweijährlich musst du es auf jeden Fall nachgucken. Ja, kontrollieren, nachgucken, weil die Autos dann nun mal schon eine Zeit lang gefahren sind, wenn man jetzt erst damit anfängt. Am besten ist es natürlich immer damit anzufangen, sofort wenn man das Auto quasi neu kauft. So wie ich das auch gemacht habe im RS, dann mit meinem MK3. Der ist ja jetzt auch noch nicht so alt, da kommt dann bald noch ein Video, da mussten wir sehr, sehr viel über eine lange Zeit zusammentragen, weil auch da gibt es so ein paar Problemchen. Tatsächlich auch mit Rost, ne? Ja. Und das Schöne ist das nicht. Also für so ein junges Auto, das ist schon krass. Fünf bis sechs Jahre alt, die Dinge. Naja, und der Schlauch, was er mir gesagt hat, den zeigen wir euch auch nochmal eben. Das ist auch eine Alterserscheinung, ganz normal. Der hat da ein bisschen Isolierband rumgemacht, damit er wieder fahren kann. Also ohne jetzt irgendwie Druckbelastung zu geben. Jetzt hat man da nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man kauft ein Hardpack-Kit, was an den Serien-ST-Kühler nicht passt. Oder man bestellt das Teil neu bei Ford. Gibt es auch nur als Leitung vom Turbolader zum Ladeluftkühler. Vorurteil ist, man hat alles neu. Nachteil ist, es ist scheiß teuer. Ist halt so. Ja, das waren halt 227 Euro, glaube ich, VK. Das war nicht ganz so günstig. Ja, dann gehe ich jetzt das zweite Mal heute telefonieren. Wir hatten ja vorhin den Fall noch mit der Kopfdichtung. Ja, und dann wird es auf jeden Fall, es kommt drauf an, wie es mit den Autos weitergeht, wird es ja dann in den nächsten Vlog wieder spannend, um zu gucken, was kann man jetzt machen. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen was mit dem Projekt. Ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. Mal gucken. Ich darf das eine Projekt leider echt nicht zeigen. Das nervt mich, ne? Dass ich den Wagen nicht zeigen kann. Also, an den Besitzer. Der weiß ja jetzt, du weißt ja genau, wen ich meine. Es ist schon wirklich total schwierig, nichts zu dem Autos zu sagen und nichts zu zeigen. Also, es ist echt, naja, gut. Jetzt steht wieder der Kollege, der nicht in den Videos auftauchen will, hinter Luca und macht Grimassen. Ich versuche mich gerade zu beherrschen, nicht zu lachen. Ja, ja, genau. Ist klar. Gut, ja, wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es ihm so ist, könnt ihr uns gerne ein Like da lassen, ein Abo und die Glocke aktivieren, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschau.